Ich bin Henning Wommel, 30 Jahre alt und fahre hier beim Berliner 6-Tage-Rennen des Team 14 Berliner Fahrradshop. Das Besondere am Fahrradfahren ist für mich ein Freiheitsgefühl, absoluter Minimalismus. Man hat immer wieder die Möglichkeiten, seine Grenzen zu überwinden und man lernt seinen Körper und seinen Geist mal richtig kennen. Als ich sehr klein war, 7-8 Jahre, habe ich immer davon geträumt, Radfahrer zu werden. Und dann, Stück für Stück, wächst man halt da rein, wo ich heute bin. Wenn die Halle voll ist und hier 13.000 Menschen in der Halle sind, dann ist das schon eine spezielle Kulisse, wo man schon ab und zu mal beim Fahren auf Gänseauto kommt. Die Berliner Fahrradshow ist ein super tolles Projekt, weil die Messe in den Bereichen Fixed Gear und Handmade schon super toll ausgebaut ist und gut funktioniert, auch international. Und jetzt geht es darum, auch den Rennradbereich, der nachziehen sollte, zu entwickeln. Das ist unheimlich spannend und super interessant für alle, glaube ich. Jetzt geht es darum, dass du in den weiteren Rennradbereich herrn zu machen. Und jetzt geht es darum, dass die Lera gemacht wird. Und jetzt geht es darum, die Lera, die Lera, die Lera, die Lera. Und jetzt geht es darum, dass der Lera in die Halle fuehrt und die Lera auf das Gäste. Untertitelung des ZDF für funk, 2017